Was geht ab? Leute, ich kann mir da ein bisschen Ziel-Chief einfach geilen geben, was das war. Mit Dario, Malu, Ike, Wut, Geflüge und Maxi, Nils, Payne, Island, Hallo! Boah, die richtige Haul-Ding! Die Würstel nicht vergessen! Ihr geilen Zuschauer! Oh, ich bin Hunter! Wir müssen jetzt bitte als Jochen ankündigen, ja? Jochen! Jochen ist zu ihr nicht zu Kapuze-Spitzenabend. Zeit für meine Bürgerpflicht. Knochen, hä? Das verstehe ich nicht. Jochen! Kapuze nimmt meine Fachkreise auch Knochen. Hunter! Der Himmel! Payne scheint in den Himmel! Ich hab den Film gesehen. Das ist kein Film. Das ist ein Spiel. Hunter! Das ist nur eine JPEG, die sich da bewegt. Das ist der Himmel! Weißt du, was ich bin? Ich habe den Film gesehen. Es wird dunkel! Jochen! Ich sehe nichts mehr, Jochen! Ab jetzt fliegen die Leichen. Kann man Walui jetzt rumfliegen lassen? Wo ist er? Vor der Kapuze gerufen, oder? Ja, ich bin doch noch da. Ich glaube auch, Kapuze, dass du noch da bist. Aber ist auch Walui noch da? Das weiß ich nicht, aber ich habe nicht gekillt. Ich glaube, du würdest lügen. Oh, wenn man jetzt noch Void einmacht. Wenn man jetzt noch Void einmacht, wäre das krass, glaube ich. Kann ich gerne machen. Mach mal bitte, ich will sehen, wie es aussieht. Ich glaub dir nicht. Ist heller geworden. Ja, da wurde gerade ein Totem übrigens zerstört. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, das ist echt heller geworden. Mach dieses Mörder-Wohr. Mach dieses Mörder-Wohr. Mach dieses Mörder-Wohr. Ja, auf dem einen Hausdach ist halt noch einer. Darluka, du bist gefeuert. Darluka, schau mal, jetzt komm ich. Schaffst du den Hausdach, du schaffst den Sprung nicht. Darluka, bist du ready? Ach, du bist Hunter. Also von dem einen Hausdach ist Maru runtergesprungen. Ja, Darluka. Ich freu dich da rüber. Mist, der schwimmt da oben. Darluka, wie geht das? Du musst in dem Moment, in dem du hochgebuchtet wird, wen drücken. Aber du darfst nicht zu früh drücken. Sondern wirklich erst im letzten Moment. Das ist ein bisschen doof. Warte, ich schieße ihn dir rüber. Ja, der wird ja gleich heller. Warte, ich schieße ihn dir rüber. Was, wer schießt da? Der schießt bei Luis für Items rüber. Komm rüber wieder. Hast du ihn schon? Kannst du ihn nehmen? Wer schießt denn da? Wer? Warte, hast du ne Diegel in der Hand? Wer ich? Der liegt da aus, der wird für jemand fehlen. Einzelner Diegel Schuss von Nils und von Tay. Ah, shit. Nils und Dado sind jetzt in einem Team. Nils und Dado sind jetzt in einem Team. Ja, eben. Man sieht dich halt kaum. Nils und Dado sind jetzt Sidekick und Jakal. Nils und Dado sind jetzt Sidekick und Jakal. Nils und Dado, okay, komm, Maxi. Nils und Dado. Maru hat tatsächlich davon weggesprungen. Maru hatte ne Gauss in der Hand. Ja, er ist auch am Anfang. Ich hab ihn einmal ganz schnell, als der erste gestorben ist, ist er ganz schnell weggelaufen. Nein! Ich hab grad nen Trailer gekillt. Und Payne, du wurdest nicht von ner Gauss angeschossen. Die Gauss hatte Maru, die ist noch nicht abgefeuert. Payne hat's aber gesagt. Ja, Payne, leider wieder viele Fans. Nein, Nils hat er eben mit ner Gauss durch die Gegend laufen. Deswegen... Wann bin ich denn mit ner Gauss durch die Gegend? Hier, Dete, da sind bestimmt noch Credits drin. Ich war auch grad ein bisschen erschrocken von der Musik. Ich dachte jetzt auch grad die Musik so, oh nein, ich dachte so, nein, nein. Ich dachte so, nein, nein. Ich hab die Musik halt nicht verstanden. Oh Leute, kannst du mal ganz kurz gucken, ob da vorne hinten am Ende der Straße da, ob da ne Leiche liegt. Am Ende der Straße, nicht am Anfang. Da hast du grad jemanden erschrocken. Nee, nee, nee. Da ist keine? Okay. Weil irgendjemand hat die Leiche, zu der ich gecallt wurde, danach weggelegt. Ich bin's nicht. Vertrau dir nicht. Ich bin's nicht. Ja, ich hätt dich doch jetzt abgeballert, du Nase. Nils, hast du noch nicht aus? Juli, du bist es. Ja, ich... Also Juli ist kein Traitor. Nein! Oh! Ja, Payne hat auf mich geschossen. Kein Traitor. Ja, gut. Warum soll... Nein. Achtung, der Karten spielt ein Fall im Spiel. Ja, Alarm Schufe Rot. Alarm für Cobra. Ey, Maxi! Guten Tag! Darlow, du hattest mir nur ne Frage, wer hat es worden? Der hat Kandidaten beloofen. Hä? Was ist da jetzt passiert? Was ist jetzt? Bomba! Da ist ne Waffe vom Himmel geflogen. Wer ist da oben, da ist... Die Juli ist auch schon verdächtig. Ja, die ist kein Traitor. Ja. Juli? Möchtest du klar und deutlich sagen, ne? Nils ist mir Abschied freigegeben. Kapuze, ich will ein Witz hören. Ja? Ey, hier ist doch grad ne Taube geflogen, oder nicht? Wird grad auf mich geflossen. Ähm... Recken. Urtel 10. Oh! Oh! Hallo! Nein, aus! Oh Gott, Nils! Kapuze! Was? Wo bist du? Warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Ja, was? Weil's aus dem Hahn kommt. Wegen Haaren, wegen Händen, oder? Mit dem sein Gecreme. Moment. Warum hast du eben auch geschossen, Darlow? Kann man, dass das kein Manipulation-Cripe könnte? Das ist Manipulation-Night. Ich würde... Du musst mich beschützen, sonst habe er Angst. Mache, ich beschütze. Okay, danke. Ithens ist verdächtig. Ganz kurz... Der ist detective. Äh, ganz kurz. Nur, ich bin Dete. Ich habe gerade eben auf dem Scope gesehen, wie Nils mit einer Ghost durch die Gegend gelaufen ist. So hat ihn dann... Oh, ich hab gekickt! Nils! Nils ist es! Nils ist es! Nils ist es! Nils ist es! Und ich werde ihn vernichten! Auf dem Dach gelandet. Okay, das heißt, Darlow ist der... Das ist doch toll, ey. Das ist sehr gut, Nils. Das hast du gut gemacht. So. Hast du Nils weggemacht? Oh, Darlow ist vor mir! Ich habe ihn. Kann leider noch nicht kommen. Das ist kein Terracam. Findest du? Du hattest eine Gauss und die lang genug die Möglichkeit dich anzuschleiden. Ich weiß. Scheiße. Braucht noch kurz, Leute. Zeitgekommen auch, schön. Ja. Jetzt kann ich zu euch schreiten, Kinder. Achso, du kannst immer runterspringen als Float übrigens. Sooo. Angenehm. Sind wir eigentlich die Letzten? Ne, wir sind auch nicht die Letzten. Alter, ist jetzt noch. Nils lebt übrigens auch noch, ne? Echt? Jetzt lebt noch. Den habe ich nicht fertig gekriegt. Der ist flink. Hier liegt noch eine Leiche. Könnte der Wurm sein? Ja. Dein Nils ist tot. Dein Nils ist tot? Dann war das wirklich ein Jester? Ui. Dann ist Maxi wahrscheinlich wirklich Traitore gewesen. Ja, aber wer ist dann sein Sidekick, oder? Fehlt noch ein Dete. Es fehlt noch ein Dete. Äh, ein Traitor. Es fehlt noch ein Dete. Ah, ja. What? Mhm. Okay. Haben gefunden. Du warst da, du Watsch. Ich hab dich gar nicht gesehen. Das Ende war so geil. Kapuze messert Nils. Nils fällt den Schacht runter, aber Kapuze fällt vom Haus. Beide Leichen sind weg vom Haus gewesen. Ach so. Also waren da noch zwei. Ich sterbe ich dann. Ja, wenn du deinen abgestochen hast, dann bist du raus. Ja Nils, da musst du aufpassen. Hat er sich nicht vertrauen müssen. Ja, ich war mir nicht sicher. Weil ich mir so gedacht habe, du könntest mich einfach exekutieren. Und Nils, ich hab dich in der Luft gecallt, weil ich noch nicht ges***t habe und dann auf dich geschaut habe. Und Nils, ey, erst dann bin ich gestochen. Ja, das glaube ich auch. Aber doof, dass ihr beide überlebt habt. Ja, ja, ne. Ich hab nicht überlebt. Ich bin am Boden geflogen, aber ich hab in der Luft gecallt. Ich hab ein schönes C4 gelegt und hab dann den Timer nicht gesehen, weil es ein Traitor C4 war. Ich dachte mir immer, shit, ich hab dann ne Bombe gelegt, wie lange ist die wohl schon scharf. So, fuck. Da hat's Puff gemacht. Ich hab dann irgendwann den Timer gesehen und dachte mir so, hm, warte mal. Hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Und hat mit seinem reinem Messer den Wurm abgewehrt. Nein, nein, nein. Abgewehrt? Aber die Pflege war nicht. Hallo, ich bin ein Fallobst. Hallo, Juli, wie geht's dir? Hallo, Juli, wie geht's dir? Hallo, ich bin kein Fallobst. Hallo, Maxi. Das ist schön, dass du kein Fallobst bist. Ich bin hängelnd, Juni, für immer. Juli! 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 Was passiert? Juli! Parcours! Wie lange ist es noch fast? Ja. Was macht ihr hier für'n Spülkenkram? Ja? Für'n was? Spülkenkram. Diesmal sehe ich alles. Ah, Kaput sich am Schlafzimmer für uns gefunden. Boah, geil, Baloui! Mit einer geilen Wanne. Ja, komm her! Stalo hat die Tauben geworben. Stalo und Nils sind es. Wie bitte? Stalo und Nils sind es. Ich? Okay, ist wirklich nicht mehr. Kaput sich, wo bist du? Ja, warte, geht's jetzt in den Campfall holen. Ich hab ihn. Oh Gott, und dir ist Stalo. Ich spür! Kaput sich auch. Kaput sich auch, Daniel. Okay. Nimm das Messer des Todes! Bies. Du kannst mir kein Messer ändern. Oh, kein Schlafzimmer. Kaput sich, nein, nein, nein. Wir wollten doch einen schönen Urlaub machen. Ach, das war dann eine eskalierende Runde. Ja, so ein bisschen. Geh auf die Dach und seh doch wiederflessig. Ey, der Dede ist weggeflogen. Das war mega geil. Ich dreh mich um sie für einen Frame, diese Tauben vor mir. Das war zu wenig grad die Runde, können wir wieder ruhig machen bitte. Das war so richtig zu B-Continued-Style. Die hätten jetzt nicht angeschossen, dann hätte ich auf einmal angefangen auf mich zu ballern. Um die unsichtbare MP7. Maxi hatte mich halt schon gecallt. Ich hatte versucht, noch wegzukommen vom Dach. Äh, er hatte nicht gecallt, aber das ist so. Ich fliege wahrnicht. Ja, gut, aber... Ich stelle jetzt eine Frage. Ja, gut, aber... Du kommst da nicht genau. Du kommst da nicht genau. Du kommst da nicht genau. Du kommst zurück. Du kommst zurück. Du kommst zurück. In die Gasse. Du darfst passieren. Du darfst passieren. Warst bestanden, du darfst passieren. Ja. Du kannst das nicht rechnen. Weil du hattest ein Schlafzimmer gefunden. Wow. Du hattest das Haus voller Schlafzimmer. Ja, ich wollte mit Kapuze schlafen. Kapuze. Kommst du jetzt rein? Ich wollte mit Kapuze schlafen? Ja, wer nicht. Wer nicht. Ja, frag dich mal. Ja, nix neues. Ich heb dein... Kapuze. Jochen. Jochen. Kapuze vorsichtig mit deinem Schwenker. Ich bin lieber vorsichtig. Kapuze. Kapuze. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja, Jochen. Ich weiß nicht. Aber pack deinen Pringel weg, ja. Ich pack den Pringel weg, ja. Ich pack den Pringel weg, ja. Was war dein eigener Schlafzimmer mit dir? Hä? Wie kommen die eigentlich auch vorsichtig? Hey! Ich bin da los. Hallo schon wieder? Hat hier jemanden? Warte mal hier. Moment, aber wer ist denn dieser Bach? Paluwi. Paluwi. Palu. Paluwi. Hallo. Hallo. Die Aussage die man immer macht, wenn man Paluwi ist. Paluwi ist. Bah. Bah. Ich bin bah. Ich war im Schlafzimmerhaus. Das müsste jetzt hier unter uns sein, Maru. Ja, aber ist nicht in dem Moment irgendwo ein Anvil auch gesound gekommen? Also müsste nicht irgendwo ein Bateschleger liegen? Anvil, Alter, ist das Minecraft hier oder was? Es gibt auch deutsche Wörter, aber das Wort Amboss ist mir in dem Moment entfallen gewesen. Anvil ist doch ne Stadt in den USA. Echt? Ist das nicht Mr. Joseph? Also Nils hat nicht auf mich geschossen. Aber ja, die hätten auch alle gesehen. Ob ich mit Bullock da rüberspringen kann? Äh, Dieter ist Baluwi jetzt zum... Also Dalu ist zum Töten freigegeben, aber es ist Baluwi. Du kannst in das Ding noch rein. Baluwi ist es auch. Das ist mein Kumpel gewesen. Hast du's überlebt? Kapuze. Kapuze. Was? Echt zum Töten freigegeben? Jaja, Baluwi ist zum Töten freigegeben. Ja, klar. Der Dalu, der hat mich zu verarschen. Kapuze. Doch, du bist mein Kumpel gewesen. Wir beide haben Kapuze erschossen. Du warst Bach. Hör doch auf dem Scheiße. Doch, du warst Bach. Du willst uns. Oh, ich bin doch runtergefallen. Der hat mich zu wagen, sondern der hat da gesagt. Dalu. Bist du zu verarschen? Dalu ist hier. Hör den Dalu. Ja, dann kill Dalu. Das war ja der D-Ton. Raus. Ich komm hier nicht. Ich kann nicht deathen oder was? Ups, sorry, item. Sorry, item. Okay. Hey, hey, hey. Ist doch nicht hier. Er ist tragischerweise gestorben. Ich hasse Leiter noch. Er wollte das Richtige tun. Alter! So, das war einfach keinen Traitor. Das war einfach. Er war an der Kante. Mach die weg ins Loch. Was ist das? Ey. Warte, hier haben wir noch einen. Hey, Payne kommt dazu, oder? Ich würde sie wieder tun. Ja, der kommt nicht dazu. Der kommt nicht dazu. Der kommt vor das Auto. Können die Leute da runter schmeißen? Das ist nicht fair von euch. Wollen wir besser sehen, wenn noch übrig ist. Balu ist es. Der Verräter. Balu ist es. Balu ist es. Sehr schön. Bah. Bah. Das ist Blauli. Es ist Blauli. Es war wirklich Blauli mit Maulian. Der wollte auch ins Loch. Da kann man nichts machen. Da fehlen uns aber noch einiges. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, oh Mann ey. Was ist das denn ins Loch? Was ist hier eigentlich alles am Blut? Ich wollte Blauli rüßterschmeißen, weil er Traitor war. Das ist ein Welsbruchschläger. Nice. Das war das, was vorhin auch hingefallen ist, was wir am Anfang gehört haben. Der Anvil. Der Anvil. Amals noch mit Kässtorf. Amals noch mit Kässtorf. Der Anvil. Amals noch mit Kässtorf. Nekromanze haben und in die zwei Leichen, die er in den Prinzip her legt. Julie ist schon ziemlich nice drauf. Und du bist da, items ist da. Ich hab schon Reh gefühlt. Nur Nils, oder? Der kaputt ist unter uns, Max, hier in dem Raum irgendwo. Nur Nils. Der Schlafzimmern war der irgendwo. Ich glaub, items ist da. Ich werde sein. Du läufst verdächtig. Könnte Jail hier sein. Aber ich könnte auch ein Boom-Buddy sein. Sonst hat so wenig Katze. Ich mache jetzt gerade Männchen. Das ist der einzige Unterschied. Was ist ein Mensch denn? Ich mache Menschen. Ich wusste nicht, dass du so gut ausstimmst. Wer kriegt noch eine Augenbraue? Oh, hab dich in die Sie. Wenn ich selbst einen Kunde reinstellen würde, der so gut schießen kann. Und items auch, würde ich jetzt hier oben, was die Hürchen machen. Das ist gefährlich. Wer fehlte noch? Wer ist einer? Wie gut wie Maxi dann unkontrolliert? Das ist kaputt das Leiche. Ja, das fass ich nicht an. Ich weiß es halt nicht, ob es ist ein Boom-Buddy oder kaputt ist. Lass ihn da liegen. Ey, Marco, ich würde gerne sehen, wie du den identifizierst. Ne. Doch, wenn er explodiert, ist Maxi böse. Wenn er nicht explodiert, dann haben wir Kaputze. Nein, 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 wenn er explodiert, dann haben die Traitor eine Vorplanung geleistet. Hier liegt übrigens auch noch eine unendifizierte Leiche. Jetzt wird uns aber ein bisschen viel los. Jetzt holt. Ach, kund dran. Warum schießt ihr noch? Kann man nicht schießen? Hat was? Ja. Kund dran. Das ist gar nicht wahr. Oh Mensch. Boah. Ach, ja. Und? Was war das? Aber das mit Baloui war doch geil. Baloui mit reingerissen, aber keiner hat ihn erschossen. Ich hab ihn als Erwohid gemakiert. Baloui, ich werde nie wieder vertrauen. Guck mal, weil ich den Arme nie gegeben, indem ich die Wahlen gelogen habe. Eine zweite Chance, dass dies halt daneben ging. Nein, Baloui, das hast du dir versaut. Aber ich hab mir auch eine Schuldigung gesagt. Das war brav. Der Kund dran hätte sich sowas nie getraut. Der Kund dran. Nie. Ja? Nie. Kannst du deine Lama sagen? Die brauchen nie wieder Kapuzi Fuzi sagen. Kapuzi Fuzi, berzeih mir. Wo ist er? Ich muss ihn suchen. Kapuzi Fuzi. Da ist gar nicht. Bleib stehen Kapuzi Fuzi. Er ist es. Er will dich umbrechen. Wieiiiii. Er will dich halt richtig abschlagen. Kapuzi. Mit einer Marrete, während er das sagt. Ach, das jetzt? Jetzt weg ich raus. Kapuzi, du musst nur die Gewerkschaften. Ich werde immer einen Teil von dir im Buch der Scheibe haben. Ich muss zum Kapuzi, der ist hier durch. Oh, Kapuzi ist durch. Jetzt lässt er sich auch noch beleidigen. Da, Payne. Oh, Payne ist von der Gegend. Ja. Jups. Versuchen wir noch zu lernen. Maloui, komm mal zurück. Nein! Wo ist Kapuzi? Nein! Der ist irgendwo hier in dem Raum. Vor allem richtig schnell. Ich bin ja Kapuzi direkt als erstes getötet. Nein, er lebt noch. Ich habe die Soda gefunden. Ich verstecke ihn besser. Wie kann er so lange ruhig sein? Kapuzi? Du musst tot sein. Nein. Hallo? Hallo? Oh nein, wer ist da? Wie kann nicht so lange ruhig sein? Versteckt mich kapuzi. Oh nein. Wie lange ruhig, bis er nicht mal wieder tot ist? Oh nein. Oh, ich hole dich. Nein. Ah, da. Nein, gar nicht. Hallo. Willst du mit dir, Juli, nicht in den Raum eingesperrt sein? Kannst du mir verzeihen? Bitte. Verzeih mich. Ich bin blind. Da war ne Plasma. Ich glaube, einer ist tot. Nero oder Dead Ringer? Oh. Und ein Totem ist kaputt gegangen. Kapuzi. Oh nein. Wir müssen hier raus. Komm, ich rette dich. Kapuzi. Ja, das ist mein Name. Nils. Bei dir in der Nähe müsste ein Totenkampp-Primator sein. Unter dir oder so. Irgendjemand muss mit mir in den Raum kommen. Ist jetzt irgendwer gestorben? Oder nicht? Kapuzi rennt hier doch rum. Aber es ist mein eigenes Tod. Kapuzi? Äh. Kapuzi? Ich komme nicht mehr von dem Dach her. Ja, Kapuzi hat sich feuern lassen. Kapuzi wurde gefeuert. Nimmst keinen Fallschaden mehr. Achso. Nils, komm mal her. Komm mal an die Ecke hier. Ich schieß hoch. Nein, ich schieß mich. Gefeuert. Nein, ich schieß mich. Gefeuert. Nein, ich schieß mich. Gefeuert. Und jetzt lauf mir auf den Kopf gleich. Alter, was war das? Lauf. Maru ist es? Ja. Ich habe Maru erschossen. Erschlossen. Erschlossen. Die Leichen fallen wunderschön. Erschlossen. Verschlossen. Thomas. Das war nicht Maru. Es kam von der Seite. Es kam von der Seite. Nils hat den Schuss von der Seite abbekommen. Es kann dann nur Items sein. Aber ich habe doch gerade Maru erschossen. Wahrscheinlich hast du beide abgeballert. Er kam von Juli. Er kam von Juli. Er kam von Juli. Er kam von Juli. Hä? Weil du Jackal-Tee oder sonst was bist und zwei Kills wolltest? Guck mal, du brennst doch sogar. Och. Irmschmirms. Wow. Oh, ich hätte auch noch Fate gehabt. Wow. Guck mal hier hinter dir, Payne. Ich bin richtig warm. Ich führe Statistik. Äh Sekunde. Ja. Der rechte Kuhmann ist ein netter Kerl. Oh. Da habe ich mich aber getrocknet. Oh. Keiner muss in der Firma rein sein. Echt. Nils, warum hast du das nicht gesagt? Dann hätten wir zwei Runden gehabt. Ja. Freunde für immer. Freunde für immer. Auf Rutsch, hast du dich selbst gefeuert? Auf Rutsch nicht mehr ausgehalten. Das war mir zu viel. Auf einmal geht's ja kaputt und das Fenster rein springt. Auf einmal klatscht von den Leichen auf. Gezeichnet für's Leben. Aber ich dachte wir mögen uns. Ich dachte da ist noch was. Da wäre eine gewisse Chemie zwischen uns. Weißt du? Ey was ist das? Was fliegt denn da? Hä? Da fliegt was. Ich kann dir mit Sicherheit sagen, es liegt nicht an. Oh. Das ist ein Slow-Mo. Slow-Mo. Das dauert so viel länger. Kaputzi einmal noch. Achtung, warte, 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 warte. Hey, Julie. Hey, 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 hey. Alter, Maxi. Oh, Maxi. Schau mal. Ich kann nicht probieren. Oh, ich kann nicht probieren. Du bist doch kein Falschharten. Ich dachte schon, du bist nicht mehr leben ... Bist du mir ja schon ... Was hat passiert? Nicht mehr existieren. Hast du jemand erschossen kaputt? Das Blut? Das Blut? Was ist doch kaputt? Nein, du bist nicht der Böse, oder? Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Da ist gerade eben jemand ... Oh. Von der Lemon. Also das ist eine Lemon. Von der ... Ich bin in die Fahne getarpt. Macht so was jemand? Wow. Ich bin vom Dach gefallen. Da läuft es! Ja, du. Wo ist er denn? Vorsicht, der ist Miro. Wo ist er denn? Oh, fuck, du. Überlui. Wo ist er denn? Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Wer ist jetzt da los? Er ist im mittleren Haus, wo man rausgefeuert werden kann. Wo genau ist er? Ich übernehme das einfach mal. Keine Ahnung. Vollschaden steht. Okay, der Hit ist gestorben. Meine Punkte. Er klappt zum Fenster wieder raus. Alter, Juli, was hast du für ein Bild? King Weeps, äh. Ja, aber drinnen, der eigentliche, der reingelaufen ist, ist gestorben. Der hat mich sterben gehört. Oh, der hat mir das dann. Was? Ich bin ihm hinterhergekommen? Nein, der eigentliche ist ins Haus gelaufen. Der ist gestorben. Sorry, wenn ich nicht so gehört habe. Hast du was zum Heilen? Nein, leider nicht. Ja, erstmal kam mich der in die Heile, der mich gerade verletzt hat. Uh. Ich fühl mich in meiner Ehre verletzt hat. Boah. Maru, ich erschrecken jedenfalls. Dalu ist immer noch in dem Haus. Der ist in der Leiche rausgeworfen worden. Kommen wir Maru. Was wird der Ausgang? Meine Punkte. Oh, warte. Oh, warte. Hi Maru. Sie können nicht callen, Dieter. Vielleicht hat er echt noch Punkte. Hey, der Runde ist ja böse, ne? Ja. Toll. Wer ist der böse? Au. Aber die Runde war nicht schlecht. Na, du hast du nicht gefallen. Ja, ich konnte nicht mehr rechtzeitig schreiben, dass sie hinter dir liegt. Ja, ich war schon drin. Ja. Der Traitor getötet. Komm, das war noch ne schnelle Hunde. Genau. Das war ne gute Hunde. 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 Boah, 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 boah. Aber das mit dem Mini-Fire und der Kiste war richtig super gut. Achso, du warst doch klein. Ich war klein und hab mich hinter der Kiste versteckt. Du warst ein Bullen, oder? Ja. Ich bin schnell weggerannt. Dein Traitor ist gellig. So. Du willst die Gefahr dann, ha? Oh, natürlich lästert ein Meer. Du kleiner Vogel. Ab auf den Feuerstuhl. Alter, glaub ich, der kelt sich da ganz sicher. So du mir, also ich dir. Was? So du mir? Ja, das hab ich auch gehört. Oh mein Gott. Was? Was ist los? Julie? Also, bitte schon kaputt. Okay Julie, sie ist gefeuert. Bruder muss groß. Wo ist eigentlich Julie? Wunderbar. Das war jetzt nicht so schön, wie ich dachte. Ja? Ihr solltet rennen. Nein Julie, nicht. Run. 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 Oh oh, oh oh, das ist zu weit. Ich liebe die Musik. Oh nie. Pain rennt wirklich. Warte mal, du liebst die Musik. Ich will nur mal das Fenster da kaputt machen. Oh. Mirro, dead ringer. Er wurde gekippt. Resistance. Oh, könnten Pain und Nils haben hier irgendwas rumgeklickert. Ja, vielleicht. Falls er wirklich jetzt konfirmen wird. Konnte? Hier, schaut das Bild an Nils. Wie soll ich das denn überleben? Julie, lebst du eigentlich noch? Ja. Hä? Wo warst du? Scheiße, es ist... Items, Items. Hä? Was hast du gemacht? Warum? Ich räche dich Nils. Okay, einer ist der Luft, einer ist oben auf dem Stockwerk. Scheiße, oben auf dem Stockwerk. Oh, die versteckt. Alter, ich bin so scheiße, ne? Wo sind die jetzt? Da hat sich einer eine schöne Limonade gegönnt. Meine Punkte. Meine Punkte. Ach. Warte, wir befinden noch ein Fenster für Maru. Oh, was ist das für ein Scheiß? Das Fenster ist nicht lang, Maru. Ja? Ich bin Breach. Kommt das mit dem Bulldozer jetzt? Ja, das mit dem Bulldozer ist Breacher. Aber es steht nicht im Chat, wenn du es kaufst. Also, wenn du Breach bist. Nur, wenn du es kaufst. Das ist gelogen. Dalo, hör auf. Ich hab dadurch Sidekick gewonnen. Paine, warum hab ich denn da eine DNA? Paine? Ja, ich hab die Idee da schon... Was? Weißt du, dass dein Breach nur 30 Sekunden... Drück mal X, Paine. Äh, der ist halt jetzt vorbei, ne? Ja, aber warum hast du es noch? Hä? Achso, ich hab nur noch den Skin, oder? Nein. Das ändert sich wahrscheinlich. Hast du die Schotty noch? Äh, was? Du hast sie... Nein, das ist jetzt die andere Schotty. Schieß mal auch gegen die Wand. Aha, jetzt geh mal 20 Meter weiter. Was ist das? Ich kenn' dich. Was ist das? Wir rennen jetzt. Weg. Paine an den Turtlenade und verliert seinen Breach nicht. Und ich hab ne Silenced Pisse erst vergessen. Biss du? Alter, ich hab auf mich geschossen. Welcher Döde. Ja, da kommt ein Luftangriff. Ja, äh, Kundan ist es. Ja, du bist doch böse. Hallo, ist doch schon ruhig, ja. Oh, Balui, Balui, Balui! Ja, gib' ihm Balui! Merz-Tümer, geh mal hin. Ich... Ich hab sogar den Jester getötet, Dalu. Meine Punkte übrigens. Konfirm' alle. Ich hör' noch ne Limonade. Oh. Meine Punkte. Von ganz da, was ist das? Juli! Juli, wir müssen mal hier... Wir klauen da hinten. Hinter dem Platz. Hast du was zum Heilen, Dalu? Bitte? Ich hab Kundan getötet, ne? Juli, was machst'n du da? Ich hab jetzt Items getötet und Kundan, ja. Warte, ruhig. Willst du uns dann anpinkeln? Ja, ich will nicht, dass wir vorbeikommen. Hä? Das ist ziemlich frech, Juli. Warte mal, Juli, ich komm, ich komm, okay? Juli. Ja, ist okay. Hallo, hier bitte. Hallo! Hallo! Aber geht der Skin jetzt echt nicht weg? Ich dachte halt echt, dass... Den Skin verliert er wohl nicht, aber die Waffe... Ja, deswegen... Also ich dachte jetzt halt... Ja, ich war mir auch unsicher. Ich wollt echt abwarten. Lalo, ich bin ewig beim Gefall nach hinten geflogen. Ewig bald! Wie soll ich das? Ich hör' so, wie soll ich das denn jetzt überleben? Und dann hörst du, dass ein Fallzauelt. Leute, wenn euch die Runde gefallen, das gleich schon bei mir vorbeikommen. Bis dann ganz gut. Ciao! Ciao! Ciao!